Essen sammeln müsste aber Ja, Essen sammle ich auch schon grad Das Holz ist grad wichtiger Hm? Das Holz ist grad wichtiger Für die nächste Stufe Hm Und für die Kochtöpfe Ich muss gleich neue Dinge anpflanzen 15 von Sticks, von den Sticks hab ich schon Gleich ne Stunde Aufnahme Ja Halt mir echt lange durch Ah Wenn ich noch weiter nach oben nicht will Gucken was hier noch da ist Gibt's bestimmt noch genug Da sind Pilze Pilze, 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 ähm Die Schaufel da Ausgraben bitte Ich darf noch nicht einmal ein Verstand versagen hier Ja das ist mit dem Typen Wie gesagt wenn's nachts wird dann fängt Zu bald schon an sein Gehirn runter zu gehen Also in Angsthase Also in Angsthase Mhm Kräftig aber in Angsthase Haha, das ist so gemein sowas ne Boah, hör auf rumzuleggen hier Fuck Okay, das habe ich fertig Ah da Pilze Pelze 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 So, jetzt guck ich mal was ist s- um sagen wir sind gefangen worden ich habe wirklich gut keinen platz mehr viele kaninchen fünf kaninchen eine möhre darunter schmeißen da kommen die irgendwie besser hier vielleicht noch und auf jeden fall hier wo die drei sind bären 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 sind fantastisch blumen blumen sind zum es sender das ist dunkel und nein hast du den auch gehört nein ich muss stark werden ich habe ihn gehört er kommt bei mir näher ich muss blumen sammeln oh oh hier sind zwei gut dass ich einen Speer habe ich höre ihn auch ich bin am arsch der welt ich mache mir noch schnell eine fackel wenn ich nicht mit einmal rennen muss ich bin am sparen ich bin am sparen ich bin am sparen ich bin am skat ich bin am sparen die sind richtig gemein die besonders gemein ist dass wenn das ganze wieder select weil das bei euch die steine brauche ich jetzt noch die holzkohle alter fuck ja ja etf zwei stück du auch dass mich in ruhe lauf ich weiß gar nicht wann die abhauen die tiere ich musste den weg leiten davon komme ich ins schweinedorf er kommt immer noch hinterher da will ich verarschen jetzt habe ich auch noch einen an der backe jetzt ist er weg jetzt ist er haut doch ab man ich hab dich mal zu den pferden mal gucken ob du da bock drauf hast die kämpfen mit den bienen was die köter ja und der köter hat seinen kumpel aufgefressen eben ne ok der köter versuch grad hasen zu fangen der köter hat seinen kumpel aufgefressen ok wir brauchen wände also das fleisch die beiden sind jetzt tot brauchen wir nicht diese komischen zähne und so wir brauchen dass der zweite nicht da oben noch rumlungert wir sind beide gestorben durch die bienen alter ich hab sechs kanickel alter sind nochmal drei kanickel willst du mich verarschen und ich war noch nicht mal bei uns im portal naja ich brauch die holzkohle ich war noch nicht mal in der nähe davon ja zentos go nein der zweite köter hau ab ey auch nö hier ist noch ein köter am lager ok alter das ist nervig weil mir leckt das kein meter ja ich kann nur nach unten laufen wtf ich hab grad schaden bekommen war lauf doch mal meine gute ok ist jemand noch da am lager? nein ok boah we